Hallo Leute, herzlich willkommen hier in unserer Kreativ-Faktor. Einfache Installationen an euren Wasserleitungen, wie jetzt hier, könnt ihr ohne Probleme selber machen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Wasseranschluss als Aufputzinstallation von der Leitungsführung her ein bisschen umgelegt und hier unten einen Wasserhahn dran gemacht. Da gibt es die verschiedensten Techniken für, wie man Wasserleitungen verlegen kann. Ich zeige euch das jetzt heute mit einem Kupferrohr und solchen Pressfittings, die mit einer speziellen Zange zusammengepresst werden. Ihr seht also, wir haben wieder einiges vor. Los geht's! Ja, hier unten entsteht gerade so eine kleine Miniküche. Ich hatte noch ein paar Küchenelemente über. Hinten ist meine Werkstatt hingekommen, da war vor einer kleinen Küche, ja. Das ist jetzt hier an die Wand gekommen und da soll jetzt in die Ecke ein kleiner Wasseranschluss hin. Hier seht ihr, verlaufen schon zwei Kupferrohr runter. Die gingen halt ursprünglich an der Wand entlang zu dem ehemaligen Waschbecken. Aber die möchte ich halt jetzt eben umlegen, dass sie halt jetzt hier ein Stück versetzt entsprechend auskommen. Da soll ein Wasserhahn hin mit einem Einhahnmischer. Dürfte jetzt eigentlich kein großer Aufwand sein, hier die Rohre umzulegen. Habe ich mir gedacht, mal schauen, ob man das selber machen kann. Und deshalb habe ich mich mit diesen Pressverbindungen ein bisschen beschäftigt. Möchte euch das halt dann jetzt hier entsprechend weitergeben, damit ihr das halt auch nachmachen könnt. Ja, was mir als erstes aufgefallen ist, bei der Heizungsinstallation und auch bei der Wasserinstallation gibt es super viele Materialien, die da verarbeitet werden. Also wie hier zum Beispiel Kupfer oder es gibt dann auch Verbundrohre. Da ist außen Kunststoff drum und innen ist das Aluminium. Das habe ich zum Beispiel hier in der Garage verarbeitet. Und auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, wie solche Rohre miteinander verbunden werden können. Ja, ganz oft gibt es eben schraubbare Quetschverbindungen. Da wird eben das Rohr zusammengesteckt und dann durch eine schraubbare Überwurfmutter zum Beispiel so lange zusammengequetscht, bis es halt eben dicht ist. Ja, früher wurde eben vor allem bei Kupfer ganz auf das Löten eingesetzt. Auch da gibt es heute noch entsprechende Verbindungen für. Das ist aber was, wo ihr als Heimwerker 100% die Hände von weglassen solltet. Das ist also eine echt anspruchsvolle Geschichte, das richtig gut hinzubekommen. Ja, heute haben im Handwerk einen ganz großen Stellenwert solche Pressverbindungen. Das ist jetzt hier für Kupfer. Ich zeige euch das mal gerade, wie das von nahem aussieht. Die haben hier so eine Wulst. Da ist also im Inneren, ich hoffe man sieht es ein bisschen, ein Ohrring drin, der für die Abdichtung sorgt. Und da wird die Verbindung durch ein Presswerkzeug hergestellt, das mit zwei Backen da draufgesetzt wird. Das Ganze wird dann zusammengepresst und dann steht die Verbindung halt. Ja, die ganzen Teile dafür hier, die gibt es halt alle im Baumarkt oder könnt ihr auch online bestellen. Denn einziges Manko an der Geschichte ist, ihr braucht halt eben zwingend dieses Presswerkzeug. Ja, vielleicht habt ihr das Glück und euer Installateur leiht euch das Gerät mal übers Wochenende. Könnt ihr einfach mal nachfragen. Oder ansonsten habt ihr im Baumarkt eben auch die Möglichkeit, das Gerät halt eben zum Tagessatz zu mieten. Ja, hier für meine kleine Bastelarbeit, wo es eigentlich nur darum geht, so ein paar Rohre eben umzulegen, werde ich halt auch jetzt hier entsprechend Kupfer verwenden. Werde also mit diesem Kupfersystem dann hier weiterarbeiten. Und es kommt immer so ein bisschen darauf an, was ihr da jetzt wirklich genau vorhabt. Wenn es zum Beispiel ein längeres Stück ist, also wo ihr vielleicht durch einen ganzen Raum komplett eine neue Leitung legen wollt, lohnt es sich unter Umständen halt auch preislich auf ein ganz anderes System zu gehen. Da könnte man halt zum Beispiel mit so einem Kunststoff-Alu-Verbundrohr arbeiten. Wenn ihr einfach nur Strecke machen müsst, ist das dann halt vielleicht günstiger. Die große Frage bei solchen Arbeiten ist natürlich immer, darf ich sowas überhaupt selber machen? Ich habe mit verschiedenen Heizungsinstallateuren gesprochen, habe gefragt, wie seht ihr das? Und ja, die waren da eigentlich alle sehr kulant. Ja, die haben gesagt, ja, macht das mal ruhig selber, das passt schon. Aber das ist natürlich halt auch da, wie so oft Auslegungssache. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt, wie die offizielle Sprechweise dazu ist. Und da habe ich halt eben ein paar Hinweise gefunden. Ich verlinke euch das halt entsprechend auch mal unten in der Videobeschreibung. Ja, und da hieß es halt eben, ich darf drei Dinge nicht selber machen. Und zwar ist das zum einen der Hausanschluss selber, also der Hauptanschluss, die Stelle, wo das Wasser bei euch ins Haus reinkommt. Das sind alle Dinge oder alle Leitungen, die direkt am Wasserzähler hängen. Da darf ich halt eben auch nicht dran. Und als drittes sind das deutliche Veränderungen am Wassernetz oder an der Wasserverteilung im Haus oder eben Komplettsanierung. Das ist halt eben auch ausgeschlossen. Was ich eben machen darf, sind Renovierungen und ein 1 zu 1 Austausch von bestehenden Rohren. Ja, so, jetzt merkt ihr schon selber, das ist wieder eine totale Auslegungsgeschichte. Wann ist es eine deutliche Veränderung? Wann ist es eine Renovierung? Was ist ein 1 zu 1 Austausch und so weiter? Also alles immer so ein bisschen Grauzone hierbei. Und ja, wie so oft, mein klarer Tipp, deshalb an der Stelle, sprecht mit einem Installateur oder sprecht mit eurem Installateur, der bei euch vielleicht die restlichen Arbeiten auch macht und stimmt mit dem ab, welche Arbeiten lässt er euch selber machen, wo sagt er, ja, macht das, passt schon. Und wo sagt er, nein, da muss ich eben als Fachbetrieb zwingend dran. Und nutzt dann auch einfach gerne die Erfahrung, die er in so ein Projekt mit einbringt. Der sagt euch dann, ah ja, nee, Moment mal, macht mal hier einen Bogen darum und dann darum, dann passt das schon. Und ja, das sind halt Sachen, die kann man selber, wenn man sowas das erste Mal macht, vielleicht gar nicht unbedingt wissen. Und da ist es halt einfach immer ganz praktisch, wenn man das eben zusammen macht. Ihr macht euch also am Anfang erstmal einen kleinen Plan. Macht euch eine Skizze, ich habe das jetzt ja auch mal einfach so auf ein Schmierzettelchen gemacht. Macht euch eine Skizze, wo die Leitungen langlaufen, sprich was ihr dann kappen müsst und wo ihr dann entsprechend neue Verbinder dran machen müsst. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einfach so eine Handskizze gemacht. Reicht, glaube ich, für so ein kleines Projekt hier voll und ganz auch. Ihr überlegt euch also die Wege, wo ihr da langgehen wollt. Und das Ganze sollte immer möglichst gerade sein, sollte parallel zu Wänden verlaufen, also wie jetzt hier oder zur Decke und sollte halt immer möglichst einfach sein. Und auch dazu kommt, wo es möglich ist, sollten Kalt- und Warmwasserleitungen eben parallel verlaufen. Wenn ihr Leitungen habt, die im freien oder zumindest im frostgefährdeten Bereich verlegt werden, dann müsst ihr halt natürlich auf jeden Fall darauf achten, dass die eben nicht einfrieren können. Da will ich aber im Detail gar nicht näher darauf eingehen, weil dann geht es um das Thema Dämmung. Das ist auch ein Thema, wenn man jetzt hier zum Beispiel unterputzt, die Sachen verlegen möchte. Will ich also jetzt hier gar nicht darauf eingehen, weil es dann halt eben nochmal eine Ecke komplizierter wird. Gut, wenn der Plan dann steht, besorgt euch die ganzen Verbinder, die ihr dafür braucht. Achtet darauf, dass sie immer den richtigen Rohrdurchmesser haben. Die gibt es von verschiedenen Herstellern und die heißen dann auch immer etwas unterschiedlich. Das hier zum Beispiel sind welche, die werden jetzt hier unter dem Begriff V-Kontur verkauft. Das ist auch eigentlich eine relativ häufige Bezeichnung, die es dafür gibt. Hier bei dieser Einheit, das ist im Endeffekt dasselbe System, ist von einem anderen Hersteller. Und da heißt das Ganze eben, sieht man es, B-Press, also B-Kontur wird es dann da genannt. Es gibt auch noch die Bezeichnung SC-Kontur. Das ist im Endeffekt ein Markenname, den die Firma Fieger verwendet für die Produkte. Und das soll an der Stelle dafür stehen, dass sie halt eben sagen, dass diese Verbindung unverpresst undicht ist. Bedeutet also, wenn ihr das Rohr reinsteckt und dann zum Beispiel, ihr habt eine ganze Menge Verbindungen da an der Wand, vergesst eine davon zu verpressen, dreht dann das Wasser wieder auf, merkt ihr sofort, dass ihr vergessen habt, die zu verpressen, weil die eben undicht ist. Sowohl diese B-Press-Geschichten, als auch eben die V-Kontur, aber auch die SC-Kontur, werden halt alle mit demselben Werkzeug, also mit demselben Pressbacken verpresst. Beziehungsweise gibt es auch von den jeweiligen Herstellern eigene Pressbacken dafür, aber die sind auch eben kompatibel zu der V-Kontur. Schaut also am besten, dass ihr ein einheitliches System nehmt, also dass ihr irgendwie alle Fittings vom selben Hersteller benutzt oder zumindest ausschließlich welche verwendet, die ihr halt mit demselben Pressbacken eben verpressen könnt. Wenn ihr im Bereich von der Trinkwasserinstallation arbeitet, dann achtet darauf, dass die Teile auf jeden Fall DVGW zugelassen sind. Und das ist immer dann der Fall, wenn da unten so eine kleine Prägung drin ist. Das bedeutet, die Teile dürfen dann halt eben für Trinkwasser verwendet werden. Wir gucken uns jetzt nochmal das benötigte Werkzeug an. Allen voran jetzt hier mal diese Presszange dafür. Das ist also jetzt hier das Teil. Ist ein extrem solides Werkzeug und ja, wie gesagt, das ist definitiv nichts, was man sich selber anschaffen möchte, weil das halt auch echt mal eine super aufwendige Investition ist. Ich habe halt jetzt hier schon geschaut. Das ist also das, was ich jetzt hier brauche. Da steht halt auch dann drauf, hier steht jetzt V15 drauf. Das ist also jetzt hier für meine V-Kontur genau das Richtige. Man kann das jetzt hier so auseinander drücken. Das passt also jetzt hier genau rein. Das würde es auch hier zum Beispiel nochmal für den anderen Durchmesser geben. Also auch V-Kontur, aber eben anderer Durchmesser. Das wird dann hier gelöst in dem Fall. Das Werkzeug kommt da rein, wird wieder eingedrückt und das war es dann an der Stelle hier. Das nächste wichtige Werkzeug, was ich euch unbedingt empfehlen möchte, das ist so ein Rohrschneider hier. Man kann damit einen recht winkeligen und sauberen Schnitt eben an einem Kupferrohr hinbekommen, indem das einfach hier aufgedreht wird. Das wird dann hier eingelegt. Wird dann wieder zugedreht. So, dann liegt diese Schneidklinge dann da an. Und dann wird das Ganze einfach um das Rohr rumgedreht und zwischendurch immer wieder nochmal nachgespannt. So, man sieht jetzt schon, dass sich da eine saubere Schnittkante bildet und das Ganze wirklich richtig gut abgeschnitten wird. So, und dann gibt es das Ganze noch in einer etwas geileren Edition. Das ist das hier. Das ist das Ganze mit einer Ratsche kombiniert. Ist vom Prinzip her erstmal dasselbe. Es wird wieder aufgeschraubt und dann wird das Rohrstück wieder eingelegt und zugeschraubt. Hiermit könnt ihr jetzt auch eben schneiden, wenn das relativ dicht an der Wand ist und ihr nicht genug Platz habt, um das Teil eben komplett rumzudrehen. Und dann kann man jetzt hier dieses Teil eben immer nach hinten ziehen. Und, also hier man muss diesen schwarzen Griff dann ziehen. Und dann schneidet man dann damit quasi immer im Kreis. Immer wenn er eine volle Umdrehung erreicht hat, kann man hier nachspannen. Und was ihr euch noch besorgen solltet, ist so ein Entgrater hier. Nachdem das Ganze geschnitten ist, kann man dann hier sowohl an der Außenkante, also außenrum am Radius, als auch innen das Rohr entgraten. Das ist wichtig, um eben Fließgeräusche zu vermeiden. So, jetzt geht es also wirklich los. Der allererste Schritt ist, dass ihr jetzt auf jeden Fall einmal den Hauptwasseranschluss zudreht. Wenn ihr was an der Wasserinstallation bei euch macht, dann ist das auf jeden Fall die richtige Stelle. Wenn ihr an der Heizungsanlage was machen wollt, dann kann ich es jetzt pauschal nicht sagen. Dann müsst ihr ein bisschen bei euch schauen, wie die Heizungsanlage bei euch ist. Sprecht am besten dann mit eurem Installateur, an welcher Stelle ihr dann da entsprechend aus- oder abdrehen müsst. Und ob ihr gegebenenfalls auch das Heizungssystem entleeren müsst. Das kann sein, dass das dann auch auf euch zukommt. Ist ein bisschen von der Art des Heizungssystems abhängig. Und auch von der Lage, also wo an der Stelle im Haus ihr die Umbauarbeiten macht. So, Wasser ist abgedreht. Ich denke mal, ein kleiner Schluck wird trotzdem rauskommen. Deshalb halte ich mir jetzt auf jeden Fall mal einen Eimer bereit. Als erstes fange ich mal mit der Kaltwasserleitung an. Schauen wir mal, wie das jetzt klappt. Ich mache es jetzt noch nicht direkt auf das finale Maß. So, dann schneide ich das jetzt erstmal hier ab, um mal zu gucken, wie viel Wasser da dann rauskommt. Ja, da kommt schon noch so ein paar Schluck raus. Ich hoffe nicht mehr als 10 Liter, sonst ist mein Eimer zu klein. Okay, ich bin einmal nass, aber das gehört wahrscheinlich dazu. Nee, ich glaube, das wären keine 10 Liter. So, der erste Schritt, wenn ihr jetzt lackierte Rohre habt, ist, die Farbe auf jeden Fall einmal abzukratzen. Die müssen komplett blank sein, sonst funktioniert das nicht, das Ganze hinterher dicht zu bekommen. So, jetzt wollen wir dann nochmal hier wirklich markieren, wo wir das jetzt final schneiden müssen. Der nächste Schritt ist eben das Entgraten. Und zwar einmal von innen und einmal von außen. Hatte ich ja schon gesagt, damit wir dieses Thema mit den Strömungsgeräuschen hinterher nicht haben. Von außen auch. So, dasselbe machen wir jetzt hier hinten für die Warmwasserleitung. Die muss ich ja hier im Bogen wieder zurückführen. Das heißt, die werde ich jetzt mal gucken, dass ich sie direkt so halbwegs auf die richtige Länge gekürzt bekomme. So, ich markiere das jetzt hier. Das ist die Schnittkante. Das wird später nochmal wichtig beim Pressen. So, als nächstes wird jetzt die Einstecktiefe markiert. Das ist ein wichtiger Schritt. Ich mache das jetzt hier mit dieser Wandarmatur oder wie das Ding auch immer heißt. Geht aber mit den normalen Fittings genauso. Ich halte das daneben auf die Position, so wie tief das Ganze hier im Endeffekt hinterher reingesteckt werden muss. Und markiere mir hier die obere Position. Das ist wichtig, weil wenn ich das dann jetzt hinterher einstecke, kann es mir passieren, dass ich nicht sehe, dass ich es quasi nicht einstecke. Sondern gerade wenn ich ein langes Rohr habe, das Rohr verschiebe. Ja, und dass ich also quasi nur so ein Stückchen drin bin, dann aber vielleicht verkante und dann das Rohr verschiebe, das würde ich dann nicht unbedingt merken. Aber so sehe ich halt genau die Position, bis zu der ich das einschieben muss und weiß dann halt genau, wann ich dann halt ausreichend tief da drin bin. So, und hier sieht man das jetzt auch. Hier könnte einem das jetzt theoretisch passieren. Man drückt jetzt hier gegen, oben das Rohr gibt so ein bisschen nach und ich sehe gar nicht, wie tief ich drin bin. Deshalb ist halt hier dieser Markierungsstrich super wichtig, weil ich dann halt jetzt wirklich weiß, ich muss so tief drücken, dass ich halt genau an dieser Markierung ankomme oder sie halt gerade eben verschwindet. Je nachdem, wie ich das halt dann nach vorher gemacht habe mit der Markierung. So, jetzt kommt so ein bisschen drauf an. Ich kann jetzt entweder hergehen und zuerst alle Sachen zusammenstecken oder ich kann auch jetzt hergehen und hier die einzelnen Sachen zuerst verpressen. Das hat aber dann natürlich den Nachteil, dass man den Winkel hinterher nicht mehr korrigieren kann. Von daher bietet es sich wahrscheinlich meistens an, die Sachen vorher einmal alle zusammenzustecken. Auch die Rohrstücke dazwischen und es dann hinterher einmal durch an allen Anschlussstellen zu verpressen. Würde ich halt jetzt hier auch so machen. Ich brauche jetzt von hier erstmal ein kleines Rohrstück. Das habe ich mir gerade abgeschnitten. Ich werde das jetzt nochmal wieder entgraten. Man muss natürlich auch gucken, dass man dann die Späne vom Entgraten da vernünftig rauskriegt. Das ist, glaube ich, auch so spezielle Bürsten für. Hier kommt jetzt dieser Übersprungbogen zum Tragen. Auch da markiere ich mir dann jetzt hier wieder die Position. Dann kann man das am einfachsten wahrscheinlich wieder rausziehen. Und dann hier von Hand, also quasi Freihand schneiden. Und dann auch die Seite wieder entgraten. Ich markiere wieder die Einstecktiefe. So wird das dann jetzt langsam. Sollten natürlich immer möglichst waagerecht sein, so Rohre. Dann sieht das auch ein bisschen ansprechend aus. Wichtig hier bei dem Schneiden, das habe ich gerade gemerkt, ist, man darf das nicht zu stark hier andrehen, sondern man muss das wirklich lieber einmal mehr nachstellen, als es zu stark anzuschrauben. Weil sonst drückt sich das Rohr nach innen, das habe ich hier oben, warte, zeige ich euch einmal kurz, an einer Stelle gemacht. Das muss ich gleich nochmal neu machen. Da sieht man, dass ich hier halt wirklich viel zu stark angeschraubt habe. Dann hat sich die Klinge eben reingedrückt und hat das Rohr nach innen verformt. Dann hat sich die Klinge eben reingedrückt. 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 So, das ist doch schon mal ganz okay. So, und dann ist jetzt irgendwann der Moment gekommen, wo alles passt, wo alles waagerecht sitzt, beziehungsweise senkrecht, dass es halbwegs gut aussieht, alle Rohre entsprechend gekürzt sind. Und dann kann man jetzt loslegen, das alles zu verpressen. Ich habe die passenden Backen hier aufgesetzt. Man kann das hier drehen, je nachdem, in welchem Winkel man arbeiten möchte. Man drückt das hier hinten auf, setzt das hier drum und startet dann den Pressvorgang einfach, indem man hier unten das Werkzeug einschaltet. Ihr habt gehört, irgendwann gibt es einfach so einen kleinen Knacks. Ihr könnt es dann wieder öffnen und rausnehmen. So, jetzt zum Schluss solltet ihr auf jeden Fall nochmal gucken, ob ihr wirklich alle Verbindungen verpresst habt. Und zwar erkennt man das so ein bisschen an der Kontur oder an der Form. Ich zeige es euch mal von nahem. Ich hoffe, man kann es hier so ein bisschen erkennen. Man sieht also hier eindeutig solche Pressmarken dran. Und der Querschnitt, ich glaube, hier könnte man es ganz gut erkennen, der Querschnitt wird halt auch so ein bisschen sechseckig dabei. Ja, diese Backen jetzt hier gerade bei der V-Kontur sind ja nicht rund, sondern die haben so ein leichtes Sechseck. Und das erkennt man dann jetzt hier an allen Fittingen, ob die eben diese Pressmarken haben. Da kann man dann mal drüber fühlen und dann wirklich einmal genau gucken, ob das überall diese Form hat. Ja, und damit ist dann der gesamte Verpressvorgang und das Anbringen der Wasserleitung hier auch soweit schon beendet. Der nächste Schritt wäre jetzt das Anbringen von Hanf um das Gewinde vom Wasserhahn unten. Das zeige ich euch aber in einem separaten Video, weil das ja jetzt nicht zwangsläufig mit hier zugehört. Sprich, das kann man auch unabhängig vom Verpressen von so einer Wasserleitung gebrauchen. Und deshalb mache ich das mal separat. Ich verlinke das Video oben auf dem i, könnt ihr gerne anklicken und euch das dann halt auch noch anschauen. So, ich bin sehr gespannt. Ich kann jetzt nebenan das Wasser aufdrehen und dann gucke ich mal, was hier passiert. Solche Arbeiten ist ja wieder so ein typischer Fall von alles oder nichts. Also es gibt nicht ein bisschen dicht, sondern es gibt nur dicht oder eben nicht dicht. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob es hier dicht ist. Das hat überall einmal kräftig gezischt. Klar ist ja auch eine Menge Luft jetzt drin. Gucken wir mal, was jetzt hier... Okay, das sieht schon mal gut aus. Und hier... Ja, könnte sein, dass das geklappt hat. So, ich mache jetzt einmal ganz pingelig alle Tropfen hier weg und werde das dann mal jetzt einfach eine Zeit lang so unter Druck stehen lassen und gucken, ob dann noch irgendwo sich was gebildet hat. So, ich habe jetzt wirklich einige Stunden gewartet und dann jetzt hier überall an den Verbindungen und auch hier unten an dem eingeschraubten Handding geguckt, ob das alles trocken geblieben ist oder ob irgendwo ein Tropfen steht. Und ich kann euch sehr erleichtert sagen, es ist komplett dicht. Das Ganze hat also wirklich gut funktioniert. Ja, soviel zu der Wasserinstallation. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ich brauche auf jeden Fall einen Ausguss, weil ich ja jetzt irgendwie das Wasser dann auch auffangen muss. Der soll also jetzt hier irgendwo hier drunter. Ich werde das mal als komplettes Makeover-Video machen und euch hier den Aufbau aus alten Küchenmöbeln von unserer Miniküche hier zeigen. Ich verlinke das oben auf dem i, wenn das Video entsprechend soweit ist. Ja, die große Frage ist ja auch immer, war es das jetzt oder kann man noch was besser machen? Man könnte das Ganze jetzt auch hier noch isolieren. Da bin ich jetzt gar nicht näher drauf eingegangen. Gerade bei der Warmwasserleitung wäre das natürlich sinnvoll. Hier bei so einem kleinen Stück ist es jetzt aber auch verzichtbar. Nachdem das hier mit dem Hanf so gut geklappt hat, wäre ich jetzt ehrlich gesagt nochmal neugierig, welche Alternativen es da noch gibt. Es gibt ja noch dieses flache Teflonband und dann gibt es auch noch so eine Teflonschnur. Das würde ich vielleicht beim nächsten Mal auch nochmal ausprobieren. Und selbstverständlich könnte man sich noch überlegen, ob man sowas nicht als Unterputzinstallation macht. Hier ist es jetzt wie gesagt so eine kleine Miniküche im Keller. Das sieht jetzt nicht übermäßig schön aus, aber es ist jetzt auch keine optische Katastrophe. Die Rohre hier kann man vielleicht noch ein bisschen streichen oder so, dann passt das schon. Aber jetzt mal, wenn man wirklich in der Hauptküche oder vielleicht sogar im Badezimmer ist, dann will man das natürlich schon als Unterputzinstallation machen. Und das wäre eine Sache, die man sich beim nächsten Mal auch noch angucken könnte. Gerade wenn es ganz lange Strecken sind, gibt es natürlich auch noch Alternativen zum Kupfer. Hatte ich ja alles schon angedeutet. Und da könnte man sich mal zum Beispiel mit Alu-Verbundrohren auseinandersetzen. Auch das wäre sicherlich nochmal ein Thema für ein separates Video. Ja, insofern, ihr seht es schon, die Ideen für weitere Videos gehen nicht aus. Lasst mir gerne ein Abo da, dann kommt ihr auf jeden Fall mit, wenn da neue Videos online sind. Und wie wichtig es ist, dass so eine Geschichte hundertprozentig dicht ist, das zeige ich euch in dem Video hier. Da hatten wir einen kleinen Feuchtigkeitsschaden hier im Keller, der relativ große Auswirkungen hatte. Was da passiert ist und was wir dagegen getan haben, das zeige ich euch in dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!